Und für Sie hier ein kleines Rätsel. Also, was ist das? Es hat 14 Beine, reitet wie der Wind, tanzt wie der Teufel und trägt seit 30 Jahren das wohl schärfste Bühnenoutfit der Pop-Szene. Was ist es? Jawohl, herzlich willkommen, Genghis Khan! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020